Puh! Okay, jetzt muss ich nur mal rein, wo es lang geht. Ey, hier war ich doch schon. Wir müssen auf jeden Fall hoch, weil es steht fest. Okay. Das haben wir. Taktische Optionen verfügbar. Och ne, wieso? Dann wird aktiviert. Nein, ich will keinen Marschall. Oh Gott. Warum kriege ich keinen... Die Straße ist frei, wir müssen los. Witzig. Ja. Wir haben nur gesoffen. Time wird aktiviert. Jetzt wollte ich da gerade draufknallen. Nein. Das ist ein Sieg. Warum? Ich rufe. Ich rufe schon. Ich rufe. Ja. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Alcatraz, was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Willst du mich verarschen? Ich bin noch dabei. Ich hasse euch. Oh nein! Oh, ich könnte den Strahl kotzen. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Okay, nehmen wir mal das mit. Tarnfeld aktiviert. 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 jetzt ist nur noch er aktiviert na gut, dass wir die Waffe noch haben ah, Kampf gewonnen ja, man weiß ja nie, wofür man das hier brauchen kann, ne? puh wie viele Punkte haben wir denn jetzt? ah, 12.740, haben wir es ja fast alter juni ist klar ok in Central Park geht's up maximale Panzerung Jetzt geht's euch gut, ne? Ja, ihr bekloppten Föhrer. Strickland, Alcatraz, was im Teufel war das gerade? Wir empfangen das Ibe-Seis-Misch-Aktivität. Ich auch. Ich seh's. Die gesamte Fahrt hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgezogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung, soviel Sie entfernen können, Sir. Verstanden, Mr. Strickland. Ich tue, was ich kann. Gott schütze Sie. Und Amerika. Hörn Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. Sechs Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Ja, das darf es sein. Und 22 Minuten. Was immer Sie vorhaben. Sie sollten sich beeilen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020